Kein Fick hier, Mann, auf Schwabenland, jo. Ich hab keinen Bock mehr da drauf, Alter. Und alle gucken einen an, Alter, im Schwabenland, hier in Heilbronn, gucken alle einen an, als ob man irgendeinen Scheiß gemacht hätte. Als ob man irgendwas verbrochen hätte oder irgendwie falsch geparkt hat oder... Oder unterm Auto geschlafen hat oder... Keine Ahnung, Mann, Alter. Auf dem Parkplatz darf man ja auch nicht campen. Ich bin so auf den Sack hier. Ich bin so auf den Sack hier, Alter, diese ganzen Karten. Diese ganze Karten. Kartoffelige, das Kartoffelige, shit, Mann. Das geht mir so auf den Sack. Beim Falschparken. Beim Falschparken hier, also hier gegenüber, schräg gegenüber von wo meine Mutter wohnt. Und ich an der Ecke geparkt, Alter. Der Bus musste eh nicht mal durchfahren. Der Bus musste nicht mal durchfahren, Alter. Und dann hat eine Nachbarin mich fotografiert. Ich stand nur so an der Karre. Und dann sehe ich nur so, wie so irgendjemand, so eine Nachbarin, die ihren Teppich ausklopft. Und so den Kopf schüttelt. Und ich sehe die irgendwie aus dem Augenblick. Ich rufe so rüber, so... Alles okay? Und dann so, so, so... Ja, ja, ja. Normal muss ja der Bus durch. Und dann, dann, äh... Ah boah, ist egal, ist egal. Jetzt ist ja eh Baustelle. Jetzt kommt der Bus eh nicht durch. Irgendwie sowas, Alter. Und ich weiß nicht, ob sie meine Karre dann fotografiert hat am nächsten Tag oder jemand anderes. Aber auf jeden Fall wurden wir angezeigt. Verstehst du? Von einem Nachbar, Alter. Da stand der Ja. Und seit ich hier... Weißt du, ich meine... Das machen die Leute hier, Alter. Die Leute denunzieren hier. Und auch auf der Autobahn wurden wir fotografiert, Alter. Und ermahnt, dass ich so eine Minute lang auf einem Bullenparkplatz geparkt habe. Vom Bahnhof, als ich meinen Bruder und sein... Mein Bruder abgesetzt habe. Weißt du, ich meine, am Bahnhof... Eine fucking Minute habe ich da geparkt, Alter. Und dann wird direkt von irgendwem... Denn uns wird direkt auf das Schild... Ja, das Schild. Hallo. Ja, hallo. Und dann so lächelte. Hallo, das Schild. So, dass ich meine... Ich sitze im Auto, du Hurensohn. Also, was willst du, Mann? Oder was juckt dich das, Mann? Das ist das Ding, Alter. Es gibt so ein paar Sachen... Die sind zwar kartoffelig... Aber die verstehe ich noch irgendwie. Weißt du, ich meine... Vielleicht, weil ich auch selber ein bisschen der Kartoffel bin. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage... So, fuck, Alter. Die Stromleitungen sollten nicht 30 Zentimeter über den Kopf hängen. Wie in Rumänien. Weißt du, ich meine... Wenn ich nach Rumänien gehe. So, ich meine Eltern sind Rumänen. Mein Vater wohnt da noch. Ich gehe da hin. So, nach Bukarest, Alter. Und die Kabel... Weißt du, so die ganzen Stromleitungen in der Stadt, die sind dann einen Meter über deinem Kopf. So. Da ist schon so... Kommt schon so ein bisschen die Kartoffel aus mir raus. Und denkt sich so... Ah, wenn ich jetzt irgendwie einen Freudensprung mache, dann verrecke ich halt. So. Aber hier ist es so irgendwie... Weißt du, so wenn ich auf dem Bullenparkplatz park... Vielleicht würde ich es bemerken, weil ich halt dieses Kartoffeligen in mir habe. Ich würde es bemerken vielleicht so. Aber es wäre mir... Ich würde keine Sekunde daran verschwenden, den... Also, darauf hinzuweisen. Oder anzuzeigen. Ich würde es nur darauf hinweisen, wenn es irgendwem gefährlich werden könnte. Weißt du, ich meine... Irgendwie sowas. Aber sonst wäre mir das scheißegal. Das ist eine Formalität, Alter. Weißt du, ich meine... Die Leute geben... Die geben einen Fick darauf. Lieben es, einen Fick darauf zu ergeben. Weil darauf baut sich das Leben auf. Bei denen gemischt mit, dass es ein Dorf ist. Dass es ein fucking Dorf ist. Wo der Mensch sowieso, egal wo du hingehst, wird der Mensch zum Bauer. Also zu einem dummen Bauer. Es gibt bestimmt auch intelligente Bauern, aber... Zu einem dummen fucking Bauer. So, so, so. Der alles... Immer, immer. Das ist nämlich der Punkt hier. Du kriegst immer diesen Blick hier. Du kriegst immer so... Was hast du falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht? Was hast du falsch gepackt? Was ist mit deinem Laub hier los? Warum hast du den Müll einfach nicht weg? Warum hast du den zurückgetragen? Nach drei, nach drei, nach drei, nach drei, nach vier, nach Haus. Warum ist da nicht Zauber? Warum ist das Haus so voll bewachsen? Echt, keine Ahnung, Mann, Alter. Ich schneide das eh noch alles zusammen, hoffentlich. So viel Shit, Alter. Schwanden, so viel Shit. So viel, so viel... Unnötiger Shit, Mann. Naja, egal. EGAL! Alles ist gut. I love you. Except of those who want to make a picture of me while I am Falschparking. Set is not intolerable.